Hallo Leute, wir zeigen euch heute wie ein Audi e-tron bei einer Fastnet-Ladesäule lädt. Zuerst drücken wir bei dem Audi auf den Knopf. Dann nehmen wir uns in den Ladestecker und stecken ihn in der Reife. Dann warten wir bis der weiße Lade leuchtet. Dann halten wir die Ladekarte hier vor und das Auto fängt an zu laden. Leider können wir auf der Ladesäule nicht sehen, mit wie viel kW das Auto lädt. Dafür können wir es hier vorne sehen. Das Auto lädt jetzt mit 150 kW. Wir haben jetzt in 31 Minuten 100% erreicht. Weiter geht die Reise. Tschüss, eure Leni. Hier, das Auto lädt. Hier, das Auto lädt, das Auto lädt. So, noch nicht die Reise.